So die Noppen-Ecke meldet sich mal wieder, dieses Mal mit einem MUT, wir reden über Kubi 2230 mit 91 Teilen einer Figur für 13€. Dabei direkt zu Anfang hierbei handelt es sich um keinen Jeep, Willys hat damals angefangen Jeep als Markenzeichen zu nutzen und daher haben wir hier einen MUT. Zweite Überraschung, das Gerät hier wurde von Ford entwickelt, nachdem der Willys MB und deren Nachfolger nicht mehr gereicht haben, sollte Ford eine neue Version entwickeln und diese haben wir nun vor uns, den M151 A1 MUT. Und direkt auf dem ersten Blick fällt auf, hey den Kühlergrill kennen wir doch oder so ähnlich. Genau Ford hat sich nämlich gedacht, jeder soll sofort erkennen, dass es sich hier nicht um einen Jeep handelt und hat daher den Grill einfach gedreht. Dabei haben sie natürlich die ikonische Form beibehalten, eigentlich etwas traurig wenn man sich mal drüber überlegt, Ford hat das ganze erfunden und später ist es ein Markenzeichen von Willys geworden oder dann später ja sogar eine eigene Marke als Jeep. Naja weiter im Text, ähnlich wie bereits beim Ford GP alles Formteile, Stoßstange, Motorhaube, Fensterrahmen und natürlich die gesamte Karosserie. Was wir hier vorne leider nicht sehen ist ein Anhaltspunkt um welche Version des M151 es sich hier wirklich handelt. Was ich sehr schade finde, denn es gibt leider nur wenige Punkte an welchen man die Unterschiede zwischen den drei Grundversionen erkennen kann. Im Verlauf der Produktion wurden nämlich Blinker verbaut und das in zwei verschiedenen Formen. Zuerst kleine Blinker auf dem Kotflügel direkt neben dem Tartenscheinwerfer, später wurde das ganze dann beim A2 ein viel größerer Blinker, welcher sogar noch die Form leicht verändert hat. Die Grundversion hatte gar keine Blinker. Was wir von Kobi hier bekommen haben ist nicht leicht zu sagen. Das einzige weitere Erkennungsmerkmal ist vom Prinzip hier dieser Reflektor. Dieser war nur in der Grundversion und dem A1 vorhanden, soweit ich das auf Fotos erkennen konnte. Das Problem ist, ich habe auch viele Fotos gefunden, wo bei der A1 Version das bereits gefehlt hat. Genau kann ich daher hier gar nicht sagen um welche Version es sich handeln soll. Dafür fehlen einfach die wichtigen Details. Maximal könnte man noch sagen, ja okay er ist in der Vietnam Reihe eingeordnet. Zeitlich gab es zwar bereits seit ca 1960 bereits den Mut, die USA hat sich allerdings so gegen 1965 erst wirklich selber die Hände in Vietnam dreckig gemacht. Und zu diesem Zeitpunkt war der M151 A1 seit ca einem Jahr in der Produktion. Es haben zwar alle drei Versionen in Vietnam gesehen, aber am meisten der A1. Kommen wir aber zurück zum Set. Vorne im Kühlergrill sind übrigens wie beim 4GP bereits kleine, ja im deutschen übersetzt würde man Leitkreuze dazu sagen, im originalen kleine Blackout-Lights. Wenn man allerdings nicht weiß was es darstellen soll, könnte man denken das wären die Gusspunkte von der Form. Es ist nett, dass Kubi das hier einbaut, aber so wirklich auffallen tut es nicht. Der Motorraum selbst ist natürlich 1A. Wie wir das mittlerweile von Kubi oder neuen Kubi-Sets gewöhnt sind, gehört sich ein gebauter Motor und den haben wir hier auch wieder. Luftfilter und so weiter kann man alles einigermaßen erkennen, ich würde sagen, läuft. An der Seite ist jetzt nicht allzu viel aufgedruckt wie beim 4GP. Daher hier haben wir nur die Registrationsnummer zusammen mit einem kleinen Stern, auf der Motorhaube ist natürlich der große Stern und hinten natürlich und an der Seite die erwähnten Reflektoren. Die Form der Radkästen sind auch gut getroffen und auch der gesamte Rahmen, ja würde ich sagen, passt so, ist gut getroffen. Was natürlich auch hier wieder nicht fehlen dürfen, sind diese 1x1-Noppen für die Reifen. Ein kleiner Kommentar zu den Reifen noch, oder dieser 1x1-Noppe, natürlich, er war wieder dafür ausgelegt worden, dass man ihn mit Helikoptern transportieren kann oder halt auch in Flugzeugen. Daher hatte der viele Ösen, einfach um ihn zu befestigen. Davon waren auch welche hier direkt an dieser Radnarbe. Hier bei Kobi haben wir das jetzt nicht abgebildet, allerdings habe ich auch Fotos gesehen, wo die nicht vorhanden waren. Daher, das war jetzt nicht bei jedem Mutt Pflicht. Die Rückseite ist auch ganz gut bestückt, natürlich haben wir wieder einen Benzinkanister und Ersatzrad und das ist alles direkt über den Stoßfangbügeln montiert. Ist so gesehen eine Stoßstange, nur sonst hätte halt die Anhängerkupplung da nicht mehr hingepasst, daher nur kleine Bügel. Bei dieser Anhängerkupplung, natürlich im Originalen war es ein Pintelhook, einfach um Anhänger ziehen zu können oder Geschütze und desgleichen. Die Figur selbst im Innenraum hält sich natürlich wieder wacker im Sitz und kommt auch mit einem schönen Helm, der mit so einem fühlbaren Netz ausgestattet ist. Sehr schön zum Anfassen und als Zubehör kriegt er noch eine M16 mit Granatwerfer. Sollte es allerdings dann doch mal brenzlig werden, ist hier noch eine M60 auf Sockellafette, leider zwei Probleme hier. 1. Kubi, bitte gib uns doch einfach einen vernünftigen Gurt, mach einen neuen kleinen süßen Gurt von mir aus, aber ich mag diese Babymagazine nicht. 2. Das will nicht so wirklich halten, teilweise fällt es einfach raus oder will nicht in Position bleiben. Ist extrem nervig und irgendwas stimmt mit dieser Klemme einfach nicht, die will das Teil nicht halten. Direkt dahinter ist da noch ein Funkgerät versteckt, schön mit kleinem Aufdruck und Antenne, das Funkgerät war nicht auf jedem Mod verbaut, aber es war kein Problem das einfach zu befestigen, dabei war es auch egal auf welcher Seite man es festmacht, beide Seiten waren möglich. Als kleines Detail ist vorne noch ein kleiner Aufdruck in der Armatur, natürlich wieder vom Tachometer und Tankanzeige und Drehzahlmesser und sowas, ist da halt alles angezeigt oder eingedruckt, ist da alles aufgedruckt. Kommen wir aber mal zum Fazit, ich musste zwei Dinge ansprechen, die mich unendlich aufgeregt haben. 1. Warum sind hier Löcher? Alles ist vorhanden um diese zu stopfen, man nimmt zum Beispiel einfach diese zwei Fliesen hier, welche eine Kistenabdeckung darstellen soll und man kann die ohne Probleme schließen. Warum Kobi das nicht gemacht hat oder einfach zwei Teile mehr dazu, keine Ahnung, das ist jetzt nicht so viel verlangt. Dann mal abgesehen davon, dass hier hinten die ganze Rückbank fehlt oder nicht abgebildet ist, das war nämlich eigentlich auch wieder ein Mut für vier Personen, aber naja, was genau habe ich aber denn noch beim Ford GP zum Maßstab der Figur im Fahrzeug gesagt? Es gefällt mir wirklich sehr schön und hier würde ich auch wirklich sagen, hier kann man ruhig die Kobi Figur in den Innenraum setzen und das wirkt nicht seltsam. hier aber sieht das wieder total dämlich aus, wie ihr schon in den Kommentaren zum Ford GP geschrieben habt, das liegt einfach daran, dass die Beine der Kobi Figur zu kurz sind und ja da gebe ich auch vollkommen recht, aber hier passt halt auch wieder alles bis zu dem Moment, wenn man die Figur an das M60 stellen möchte und ich finde das einfach schade, das ist wieder, ich kann mir dieses Set wieder nicht ansehen mit einer Figur, die an diesem M60 steht und ich weiß nicht, ob Kobi das jemals auf die Reihe kriegen wird, dass sie sich auf irgendeinem Maßstab einigen, wo das nicht total dämlich aussieht. Das ganze Set reißt mich einfach nicht vom Hocker, scheiß auf dem Maßstab, Figur auf dem Fahrersitz oder lasse weg, scheiß drauf, aber diese fehlenden Merkmale vorne auf dem Kotflügel, die fehlen mir einfach als Charakteristik, hier und da der Druck kann man jetzt sagen, hinten vom Tarn, Licht oder von der Bremsleuchte mit eingebautem Blinker ist jetzt eigentlich auch die falsche Bremsleuchte, aber egal, aber diese vorne, die fehlenden Merkmale, die fehlen mir einfach. Ich erkenne hier nicht auf dem ersten Blick, dass das Mut darstellen soll, es fehlt mir einfach ein bisschen Charakter. Man kann das jetzt wieder jammern auf hohem Niveau nennen, aber dafür sind meine Videos ja bekannt und irgendwie hätte ich mir hier mehr aufhofft. Ich weiß nicht, wieso es mich so hart trifft, aber ich bin einfach enttäuscht von diesem Set. Daher, das war es mal wieder aus der Noppen-Ecke mit Niveau, keine Kaufempfehlung von mir. Holt euch ein 4GP oder was anderes, aber das Ding von mir, keine Kaufempfehlung. Reingehauen. 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 Reingehauen.